Hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Info-Video. Ich will euch, ist so für den Stream, ich will einen Stream starten, das nochmal ausprobieren. Ich werde jetzt auch ein paar Tage sozusagen Gedenkzeit lassen. Also der Stream beginnt am Freitag, den 16. Um 16 Uhr. Ich denke, da werden die meisten auch zu Hause sein. Und das passt euch hoffentlich auch. Ich werde eine Stunde lang streamen, Schlosskonflikt, Monster Legends. Rashcore weiß ich nicht, ob er diesmal dabei ist. Ich habe ihn nicht gefragt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das auch machen möchte. Ob ich den Stream vielleicht lieber alleine mache oder ob ich nochmal nachfrage. Ich denke, das wird sich so auf die Schnelle, werde ich mir das überlegen, ob ich das mache. Nur schon mal so eine Information. Ich werde einen Account verlosen bei Schlosskonflikt. Da könnt ihr euch schön drauf freuen. Ja, dann war es das mit meinem Infovideo. Ich hoffe, dass dann am Freitag, den 16. So viele Leute kommen wie möglich. Ich habe das ja jetzt früher angesagt. Ich hoffe, dass ein paar Leute da sind und zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens beim Stream. Ciao Leute! Ciao Leute! Ciao Leute!